Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 19. Februar. 450 Menschen demonstrierten in Ehringshausen gegen Rechtsextremismus. Johannes Volkmann ist der neue Vorsitzender der CDU-Lahn-Dill und bei der Lufthansa wird dieser Woche gestreikt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis haben am Sonntag rund 450 Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Menschenrechte demonstriert. Zu dem Treffen hatte ein breites Bündnis aus Parteien, Kirchen und Vereinen aufgerufen. Selbst vom Regen ließen sich die Teilnehmer nicht beirren und versammelten sich gegenüber der Volkshalle. Ehringshausen habe eine historische Verantwortung im Lichte der Geschehnisse des Nationalsozialismus, sagte Rainer Bell, der Vorsitzende der Gemeindevertretung. 1942 wurden auch in Ehringshausen jüdische Mitbürger abgeholt und deportiert. Von der Tuchbleiche zogen die Demonstranten durch die Bahnhofstraße zum Reizplatz, wo Redner an die dunkle Zeit des Nationalsozialismus erinnerten. Die Satirepartei Die Partei hat am Sonntag in Wetzlar gegen die Ampel demonstriert, allerdings nicht gegen die Bundesregierung. Der Protest richtete sich gegen die Sportplatzampel der Stadt Wetzlar. Sie bewertet die Bespielbarkeit der Wetzlarer Sportplätze. Fünf Demonstranten plus Polizei waren anwesend, eine Teilnehmerin sogar aus Rheinland-Pfalz. Dennoch spielte Organisator Christopher Ray Lenz Verwunderung über die Teilnehmeranzahl vor. Er habe erwartet, dass das Volk nicht nur im Internet laut gegen die Ampel rumschreie, sagte er. Die Versammlung dauerte ganze drei Minuten und 33 Sekunden. Effizient fanden die Mitglieder der Partei. Zum Zeitpunkt der Demonstration waren nur zehn Wetzlarer Sportplätze grün, also bespielbar. 13 Plätze waren rot, dort dürfte also nicht aktuell gespielt werden. Johannes Volkmann ist neuer Vorsitzender der CDU-Lahn-Dill. Der Kreisparteitag hat den 27-jährigen Lahnauer am Samstag mit 97 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Hans-Jürgen Irmer gewählt. Nach 25 Jahren an der Spitze des CDU-Kreisverbandes war Irmer zum 1. September vergangenen Jahres vorzeitig von diesem Posten zurückgetreten. 104 der insgesamt 107 Delegierten stimmten am Samstag in der Aslarer Stadthalle für Volkmann. Er ist damit auch der Favorit als CDU-Kandidat im Lahn-Dill-Kreis bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Dreimal vorn und doch keine drei Punkte. In einer spektakulären Schlussphase hat Joker Michael Gregoritsch Eintracht Frankfurt den Sieg entrissen und Gastgeber SC Freiburg ein 3 zu 3 gerettet. Der Österreicher hatte in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer für Freiburg auf dem Fuß, doch Tuta schoss den Ball noch kurz vor der Linie aus dem Tor. Im Kampf um die erneute Qualifikation für den Europapokal kommen beide Mannschaften damit in der Fußball-Bundesliga nicht so recht vom Fleck. Gleich mehrmals musste die Partie wegen Fan-Protesten gegen den möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga unterbrochen werden. Dabei flogen nicht nur Süßigkeiten aufs Feld, nach dem Seitenwechsel segelten auch zwei kleine ferngesteuerte Spielzeugflugzeuge durch das Europaparkstadion. Nach insgesamt 13 Minuten und 30 Sekunden der Unterbrechung konnte das Spiel wieder angepfiffen werden. Passagiere der Lufthansa müssen sich in dieser Woche erneut auf zahlreiche Flugausfälle an mehreren deutschen Airports einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag die Bodenbeschäftigten zu einem Warnstreik an den Lufthansa-Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart aufgerufen. Der 35-stündige Warnstreik wird nach Angaben der Fluggesellschaft mehr als 100.000 Fluggäste betreffen. Die Lufthansa arbeite aktuell an einem Sonderflugplan, teilte der Konzern mit. Der Ausstand soll am Dienstag um 4 Uhr morgens beginnen und am Mittwoch um 7 Uhr 10 Uhr enden, teilte Verdi mit. Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, werde es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Erst vor gut eineinhalb Wochen hatte Verdi das Bodenpersonal zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen. Als Folge fielen 900 Flüge aus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM.